Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man nennt mich Old Shure Hand. 20 Jahre sind seither vergangen. 20 Jahre, in denen ich beide vergeblich suchte. Aber die Stunde wird kommen. Die Stunde, in der ich meine Mutter und meinen Bruder wiederfinde. Und die Stunde, in der ich von Daniel Etters endlich Vergeltung fordern kann. Schnell fort! Die verfluchten Roten sind hinter uns her! Meine Kugeln treffen immer, aber nur den, der es verdient. Steil stieg der Rauch unserer Feuern zum Himmel auf. Der Geist eines ermordeten Innsmann soll hier spuken. Ich glaube nicht, dein Gespenster. Der Fall geht der Comanzen wahrnend eine Warnung. Der Schwund sei der Feindschaft. Sei Friede! Dümme in meinem Herzen sagt mir, dass es wahr ist. Leo! Fred! Meine Söhne! Jetzt kann ich endlich schlafen. Hier wird nicht geschlafen, sondern gearbeitet. Wir haben genug Zeit verloren. Mach sofort in den Haus. Pass doch auf, elender Traumtänzer! Seit vielen Jahren suche ich ihn, diesen General Douglas, der in Wirklichkeit Daniel Etters heißt. Er ist ein Satan. Der Schurhenz will euch an den Kragen. Die Fahnen der weißen Brau, das Tor ist verschlossen. Eben, laden die Gewehre. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass die Roths heute versuchen, mich auszuräuchern. Wer schießt uns unsere Flasche weg? Vielleicht der Geist. Sonst, den Geist möchte ich kennenlernen. Ein paar Fluchter und Janerfreund. Für uns beide ist hier kein Platz. Ich gehe. It's clear. Der weiße Krieger, holt Schuhe hin. Wird mein Gegner sein. Doch bevor ich meine Waffe gegen dich erhebe, sollst du wissen, dass ich gern dein Freund geworden wäre. Lieb mein Ruder, Bruder. Nicht den Willen des großen Geistes. Kein Blut soll fließen. Begrabt das Beil des Krieges. Winnetus-Worte sind wie die Stimme Magnitus. Aber Natschka hat die Wurzeln seiner Herkunft gefunden. Ja, das Dunkel der Vergangenheit hat sich gelichtet. Schuhe hin! Du tränkiger Wasser! Ja! Na dann, ist ja alles in bester Ordnung. Oder was meinst du, lieber Dick? Ich denke, lieber Dick, wir können uns endlich auf den Weg machen. Ich kenne da schon jemanden, der auf uns wartet. Na und wem? Tante Lucy! Untertitelung des ZDF für funk, 2017